Hey Leute, heute kommt leider auch wieder kein richtiges Video. Dafür habe ich ein paar Informationen für euch und möchte mich bedanken. Und zwar als erstes möchte ich mich für die Wahrheit über Variant Plays, das so krass ankam, bedanken. Und ja, falls ihr mehr von sowas wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare und schreibt mir auch bei Gelegenheit über wen. Und an alle, die verstanden haben, dass es ein Spaß war, Props, Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir zum etwas wichtigeren Teil. Und zwar habe ich meinen Minecraft Skin schon sehr, sehr lange. Und ich finde, ich brauche ein bisschen Abwechslung und will gerne, dass ihr mir, also ich möchte mit euch da zusammenarbeiten, dass ihr mir einfach Skins zuschickt. Seid da einfach kreativ, da gibt es keine Kriterien. Kann lustig sein, kann behindert sein, kann aber auch ganz normal sein. Und ja, schickt mir die einfach als PN mit dem Betreff Skin für dich. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Und ja, dann würde ich sagen, danke und danke an mich fürs geil sein. Ja, danke. Ach, danke.